Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Hier habe ich die Karte und hier können wir sehen, dass hier noch eine Tür verschlossen ist und mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Gehen wir einfach mal. Hauptsache mal raus aus dem Regen. Das ist auch so wurschtbar laut. Ich muss nur mal sehen, wie das geht mit meiner Stimme und dem scheiß Regen. Ob man mich dann überhaupt noch hört, wenn ich das zusammenfüge. Aber wenn ihr das hier seht, hat sich das schon lange erledigt. Oh, jetzt habe ich zwei Jobnows Witze. Ich lese nur einen vor. Ähm, Chuck Norris löst den Zauberwürfel mit einer Umdrehung. Ich mache das erstmal. Da-da-da-da-da. Oh, jetzt lauter Witze oder was? Wieso gibt es die Hölle? Weil auch Chuck Norris mal Urlaub braucht. Jetzt müssen wir wieder ganz durch rein, Mann. Chuck Norris schlägt den Rab. Oh, Mann. Hey, Jill. Ach, Jill, sage ich schon. Rebecca, lass den bloß in Ruhe. Chuck Norris ist der Millionär aus Wer wird Millionär? Jetzt sind wir ja bald da. Jetzt sind wir ja bald da. Schalalalalalalala. Wir sind da. Verschlossen. Ach komm. Ja, und? Ein Kartenlesegerät. Oh, Gott sei Dank. Die Tür öffnet sich sicher, wenn wir die richtige Karte haben. Wenn Sie die richtige Karte haben. Ja, die haben wir hier. Hallo. Noch Wünsche? Die Tür wurde aufgeschlossen. Diese Karte brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen? Ja, ja, klar. Also wie ein Schlüssel. Ey, Zwischensequenz. Das ist Delta Team. Das ist Delta Team. Wir haben kontrolliert den Karten. Over. Understood. Wesker! Das macht gar nicht Sinn. Wie wurde das T-Virus verlebt? Und warum wurde es entdeckt, das Lab und das Mansion, und ein Karten, fast drei Meter entfernt? Das ist irrelevend. Wir müssen sicher, dass keine Ahnung davon rauskommt. Destroh den Karten. Komplett. Wie weit entfernt sind Sie von der neuersten Karten? Über 10 Minuten, Stu. Was ist passiert? Ja, das sind ja geile Aussichten. Also, ich fasse mal zu so einem Wesker, ja, der Wesker. Der will jetzt... Also, der ist quasi verantwortlich für den T-Virus. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich bekomme alles schön erklärt. Aber ich... Naja, gut. Rebecca, you can do it. Ja, toll. Jetzt gehe ich zu Team Delta, oder was? Äh, Chuck Norris trinkt Alkohol, um nüchtern zu werden. Oh je. Der sieht tot aus. Was ist denn hier los? Der Motor ist völlig zerstört. Der kann nicht repariert werden. Okay, der wurde von Schleimaden angehalten. Chuck Norris darf beim Quiztaxi vorne sitzen. Der Kontrollraum. Kein Schwein. Der Kontrollraum der D-Railer crash. Ich muss das Ding stoppen. Erstmal die Anleitung lesen, ja. Es dauert nur noch drei Sekunden, bis der Zug zerschellt, aber wir lesen erstmal kurz die Anleitung. Verwendung der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremse erfolgt in drei Schritten. Schritt 1. Steuerung aktivieren. Die Steuerungen befinden sich an folgenden Orten. Oh Mann. Fahrerkabine im ersten Wagen. Hinteres Deck von Wagon 5. Zum Aktivieren... Ach so, ja, genau. Zum Aktivieren des Systems muss die Magnetkarte in das Gerät in Wagon 5... Ich hab die weggeschmissen, verdammt. Die haben mich gefragt, ob ich wegschmeißen soll. Muss die Magnetkarte in das Gerät in Wagon 5 gesteckt werden. So wird der Strom für beide Steuerungen aktiviert. Zweiter Schritt. Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrerkabine eingegeben werden. Ja, und wie ist der Code? Verdammte Scheiße. Code für die Fahrerkabine eingeben. Geben Sie den Code für die Fahrerkabine ein, um die Sperre aufzuheben. Nach Abschluss dieser drei Schritte können die Bremsen manuell bedient werden. Ey, kann man nicht einfach... einfach irgendeinen scheinen Hebel drücken? Eine Bremse, Mann. Hallo? Der Zug zerschellt und man kann die Bremse nicht betätigen. Was ist das für ein Scheiß? Wer bleibt zurück? Äh, was? Ja, Billy. Tschüss. Ich gehe nach dem Backdeck und manipuliere das Kontrollpanel für die Bremse. Du bleibst hier und verwendest die Bremse, wenn bereit. Okay. Rebecca! Hä? Hä? Ich schmelze nicht, okay? Ich will nicht. Ich schmelze. Ich schmelze. Ah! Ah! Zeit! Was? Boah! Jetzt läuft die Zeit nicht, oder was? Ich werde es zur Hilfespray ablegen. Magnetkarte. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, was soll ich das denn machen? Billy? Bis dann. Also ganz nach hinten gehen, ist kein Problem. Ich spare mir jetzt mal die Chuck Norris-Witze, weil das ist mir gerade ein bisschen zu... Boah! Stressig! Also ich muss da ganz nach hinten rennen. Die stehen alle auf. Was gibt es da nicht, oder? Das darf nicht wahr sein. Die nächste Tür. Chuck Norris, Chuck Norris. Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris. Norris, Norris, Chuck Chuck. Das war Vokumon-Sprache. Chuck Norris, Chuck Chuck. Chuck Chuck Norris. Ey, Zeitlimit. Das kann ich gar nicht gebrochen. Ist dann das Spiel vorbei? Nein, ist natürlich nicht. So weit bin ich auch informiert, dass der Zug eigentlich nur das Tutorial-Level ist, kann man sagen. Danach kommt nicht mehr viel. Äh, sehr viel, meine ich. Oh Mann. Ey, den konnte ich nicht aus dem Weg gehen, verdammt. Oh nein. Nein, nein. Ich muss... Boah. Mies. Ey, ich habe es eilig, Jungs. Wisst ihr das? Ey, die haben auch nichts Besseres zu tun, ne? Die chillen die ganze Zeit da auf ihren Plätzen und jetzt stehen sie auch vor hier. Alles droht zu, kaputt zu gehen. Nee, was ist das denn? Und wer? Jetzt ist Edward, ein Zombie. Er ist Vampir, ein Zombie. Na, was ist eine Karriere? Stopp! Komm nicht mehr näher, Herr. Ja, Mädchen, du hast keine Wahl. Knallen ab. Oh Mann, oh Mann. Auch das noch. Gut, tschüssi. Er ist noch nicht tot. Ich mache ihn tot. Tja, das war's mit Edward. Gar nicht so unsterblich, wie man immer sagt. Ach, mir fehlt jetzt die Energie für irgendwelche Witze. Ja, wo soll ich eigentlich den Code wissen, Mann? Ja, wo soll ich eigentlich den Code wissen, Mann? Ich kann nur die Karte jetzt da reinstecken. Aber das wird nicht ausreichen. Dafür brauchen Sie die Einmagnetkarte. Habe ich. Hä? Hiermit bedienen Sie die Bremse. Ich muss kurz Pause machen, Leute. Ciao. Leute, soll ich ehrlich sein? Gesunde Panik ist angesagt. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Nur die Zeit läuft. Ah, ich verstehe. 81. Ähm. Ähm. 9, 9, 9. Damn it. Ach Gott, ich habe gedacht, ich muss irgendwas wissen. Wenn ich das so mache? Oh Gott, das klappt auch nicht. Das ist alles so. Hey! Hä? Cool. Ja, und? Ich habe das Kontrolldämpfe für die Bremse. Over. Roger. Ich werde die Bremse jetzt aufziehen. Ähm. Und? Ja. Mh. Mh. Ach du Scheiße. Ist ja noch schlimmer. Ähm. 36. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Wart mal. Ist es 36? Ist es 11 Dinge? Ja und? Oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, insgesamt. Zum Überlegen habe ich nicht viel Zeit, irgendwie, ne? Ähm. 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Stimmt das? Scheint lobig zu sein. Ich bin kein Mörder-Genie, aber es scheint geklappt zu haben. Oh, heiliger Scheiße. Heiliger Scheiße. Mann, was ist denn los? Hab ich was falsch gemacht? Dann Minecraft. Das war ja drauf. Heiliger Scheiße. Ich bin hier. Ja, lol. Was ein Abenteuer. Ich würd gern abspeichern. Äh, Zombies. Warum, warum, warum? Ja. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Schaut, wie's weitergeht. Leute, bis dann. Ciao. Ciao.